Hi Leute und willkommen zurück zu China, Preach of Spirits. Wir sind weiter nach unten gegangen, hatten ein paar Kämpfe und der Bosskampf dabei war aber auch ziemlich nice bei uns. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war nicht so ein übelster Kampf, war aber halt spaßig. So, und wir wollen sehen, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Was wir denn noch alles so machen müssen? Oh nein, oh nein, oh shit. Moment, was? Ich kann doch darin gar nicht mich bewegen. Ähm, okay. Okay, den müssen wir wahrscheinlich trockenlegen. Das ist jetzt geschlossen, da kommt auch das Zeug raus. Wird so sein. So, zack, dann können wir uns auch hier bewegen und Bosskampf. Oh, das ist jetzt schon. Okay... Oh, weg da. Autsch. Nee, da kann ich aufgehören. Oh nein. Oh nein. Autsch. Was zum Henker? Jo, über drei Zeit. Bloß nicht abgehen. Nein. Komm. Wow. Wau. Wau. Nicht? Ich bin jetzt. Oh, ernsthaft. Nein, 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 nein. Boah, das ist kein? Ich weiß es nicht. Könnte ich kein? Möglich. Nichts zum Heilen. Ein bisschen böse. So, drauf da. Nein, 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 nein. Sehr gut. Meine Rots sind so super. So, dass ich jetzt auf der Welt Dio 4 habe. Das ist mega. So, hier, zack. Über Heilung. Könnte ich die Heilung nehmen können? Oh Mensch. Das kann ich mir gut vorstellen. Ah, leider nein. So, hier noch. Einfach nur sicherheitshalber gucken. Wäre jetzt so der Standard gewesen. Aber nein. Das ist ja billig gemacht, wenn man von hier aus guckt, kann man durch die Steine gucken. Von dieser Seite nicht. Oh Mann. Komisch. Naja. So, dann öffnen wir die Tür. Nicht? Och Mann. Okay, dann jetzt. Öffnen wir die Tür. Ähm. Ähm. Scheiße. Was ist das? Was ist das für eine Feuerwalze? Kommt hier hoch? Bleibt hier unten? Gut gut. Oh, ich muss doch erstmal rüberkommen. Ähm. Haben wir nichts mehr? Ne. Ah, doch. Da war das Tür. Und da war was. Entrangieren. Da war das Tür. Wohin Karlau. Und da war der Tür. Da war das Tür. Da war das Tür. Und da war das Tür. Das ist ein Wettbewerb. Was hab ich jetzt? Ich kann es ja nicht drehen. Aber es ist nur dazu, dass ich da an die Brüder komme. Scheint so. Ok, passiert nichts. Schön. Wir kommen da rüber. Nein. Ah, shit. Wir kommen wahrscheinlich hier vorne raus. Ja. Ja, ok. Ich weiß nicht, ob ich das hier treffen kann. Ich glaube nicht, aber... Wir werden es sehen. Ok, passiert nichts. Oh. So. Das ist nicht ernst. Oh. Komm schon. Ach so. Hier. Hier. Das ist jetzt schon wieder zu wenig. Was passiert eigentlich, wenn ich das verlängern möchte? Geht das? Hier. 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 Ich dachte, ich könnte überweglöpfen jetzt. Ja, prima. So, wo komme ich hin? So, da muss ich hinbekommen. Ganz einfach, eigentlich. So, jetzt war jetzt ein bisschen epischer. Boom. Schöne Kletterpassage. Hat mir gefallen. Auch gut in Szene gesetzt. Aber hier was wollen wir? Warum mal die zu 5 XP bringen? Ah, schön. In der Rune? Zumindest jetzt aus wie in der Rune. Oder? Oh, das haben wir noch wieder zu proben. Hm. Wenn wir die ganze Zeit von oben runter gehen können. Ernsthaft. Wir sind so beschissen weg gelaufen. Haha. Oh. Oh. Was gerade geleckt hat. Hätten wir uns noch mal früher machen. Geben können. In den Fahrstuhl. Sasko wurde entdeckt. Das Relikt. Dorfherz. Ah, immerhin. Noch ein paar Rad. So. Oh. War ich aber leider nicht wieder. Feier Agierer. Ja. Können wir hin. Lass mich nicht rumsehen. Ich hätte gedacht, was für ein fetter Bosskampf jetzt noch. Aber. Ne. Quasi kämpfe weiter nach vorne. Das war ein kleiner Parcours noch. Ist ja in Ordnung gewesen. Hat mir auch gefallen. So. Einmal nach oben. Wer baut denn so hoch einen Scheiter? Na. Vielleicht für Erwachsene. Können wir das machen. Bisschen jünger. So. Dann. Ah. Hier sind wir. Schön. Ach so. Wir haben den Busen weggemacht. Okay. Relikt gefahren. Das Dorfherz war weg. Schön. So. Dann haben wir den Fasch auch wieder freigemacht. Hier waren wir überall schon eigentlich. So. Dann gehen wir mal weiter. Ja. Rutsche. Hätten wir das bei einer Rutsche machen können. Oh. Während wir da rutschen. Hoch springen und dann. So. Und dann. Ja. Hätten wir das bei einer Rutsche machen können. Hätten wir damals machen können. Ah. Habe ich nicht daran gedacht. Na gut. Ja. Muss ich jetzt nicht tun. Können wir auf die Karte gucken. Ja. Soll ich. Und auch wenn auch mal eben kurz rüber. Wir haben auch relativ viel hier gemacht. Das ist ja. Das Brief war schon. Gigantisch. Kann ich anders sagen. Ich glaube ich habe immer noch was verpasst. Auch wenn wir hier relativ viel abgegrast haben. Das ist eigentlich so eine riesige Furche. Hm. Na ja. Dann müssen wir jetzt nochmal nach ganz oben. Und wenn nicht. Dann halten wir hier unten. Wir werden ziehen. Oh. Oh. Was ist jetzt passiert? War es ein Teleporter? Ne. Katzecken. Okay. Ein bisschen kurz in den Augen geglüht hat. Kann man jetzt fliegen. Ah, jetzt sollen wir nach ganz oben, so wie das aussieht. So, jetzt eine neue Fliege. So, als wenn sie fliegen könnte. So ein bisschen. Oh, schön in 10, wie gesagt, mit dem Regen und der Dunkelheit jetzt hier. Schönes Glitter noch dazu. So, jetzt kommen wir nicht mehr nach oben. Oder auch nicht. Ich denke, jetzt verpasst. Ah, das ist das. Hier würde ich ja nicht gerne klettern, allein schon. Oh ja, das ist so ein nasses. Ich komme schon super schnell ab. Oh nein. Du hast keine Steine schon wieder. Oh nein. Sag mal, das ist sie, oder? Ja, die Maske. Haar und so. Menschlich. Krass. Und der Armand natürlich. Was ist sie besessen? Oh nein. Oh nein. Oh. Super nett. Ja. Okay. Was dann kannst du hin? Schau, dass sie noch ein bisschen menschlich dabei geliehen ist. Das wäre cool. Oh, was kannst du? compromesin die Kaushalung. Das wäre cool. Das wäre cool. Das wäre gut. Und das wäre gut. Das wäre gut. Was das wäre gut? Also, das wäre gut. Dann wäre gut. Ah, 5 Wochen! Autsch! Hallo! Oh, wie unfasslich gerade runtergefallen ist! Autsch! Ok, ich hab's verstanden! Sie sind mies! Na los! Ah! Ja, ja, ja! Ja! Wie wollen wir denn gerade schießen, oder was? Ja! 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 Das ist kein Schaden Ach man, ich hab gerade nicht aufs Blasch gehen können Eigentlich ausweiten oder was? Das Feuer gelaufen ist so doof hier drin Hä? Wieso springt ihr jetzt? Das ist so komisch Oh nein Ich hab nicht mehr Leben Oh Ha 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 Oh 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 Das sind die. Wow! Ich wusste es, jetzt musste sie natürlich anstürmen, gerade wo ich mich um die anderen kümmer. Okay, am Anfang hat sie mir übelst eingeschenkt, deswegen war schon fast klar, dass ich das nicht schaffen würde, aber uff, ja uff, gut, ich glaube, dass der Kampf nochmal so lange dauern wird. Wo bleibt das hier eigentlich so? Irgendwie hier so? Gut, wir machen erstmal den Schluss heute, werden wir nächstes Mal irgendwie versuchen, sie zu besiegen. Ich denke, es ist gut machbar. Wie gesagt, wir haben nur am Anfang jetzt nicht gewusst, was sie kann, mit diesen Anstürmen und Springen und Feuer und na gut, wir bleiben hier und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!